so ich bin dran ich war das letzte mal schon dran ist egal hallo zurück bei magica lati dreht voll am rad und wir gehen weiter hier im reich der toten könnte man so sagen so wir versuchen mal nicht weiter nach rechts erhalten genau jetzt können wir uns hier unten halten und dann haben wir da einen da oben ist irgendwas er kann macht ihm irgendwie keinen schaden dafür macht im eis typen feuer schaden und das kommt ich dachte grenzt ach du mal wie war das dass das nee dass da auch nicht das genau das wollte ich machen damit ich nicht wieder da ist irgendwas ja neues bonfire nein aber das heißt bestimmt dass wir auf der richtigen spur sind weil wir müssen glaube ich kommst hier hoch ich habe es nicht so schon irgendwie anzünden können fort neben leben ja da sind mehr da sind mehr mehr sind uncool so und jetzt hier oben an der kante lang versuchen so wenig wie möglich aufsehen zu erregen ok den müssen wir beleben 3 ok ok 4 und den müssen wir noch mit leben bekämpfen wie wunderbar ja ups du hast auch noch freunde dazu geholt freunde nicht so weit darüber leben leben ich halte einfach viel zu viel aus irgendwie mache ich gerade viel zu wenig schaden warum auch immer jetzt mache ich scheinen oder neben geht drauf nicht so weit dahinter schieben bitte ach was auch schon groß passieren bist du tot nein ich habe es überlebt ich weiß nicht wie geht drauf ja und so aber jetzt könnten wir fast hier oben durchkommen genau wunderbar ja wir gehen da hoch ja wir gehen da hoch ja ok okay what the f.. ne nix da jetzt nix 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 Die Musik ist geil. Ich hab aus. Könntest du mir bitte nicht im Weg stehen? Ah, die Stäbel liegt da? Sag mir, das ist alles an meinem Schild. Hast du da Zunichtungen gemacht? Ja. Bin mal vorsichtig. Aber wir können doch eigentlich... Verwirrung, Absturz, Zunichtung... Ich will eigentlich... Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Ich muss grad mal die Magda ausmachen. Welchen Zauber willst du denn überhaupt haben? Betörung. Betörung haben wir nicht. Doch. Haben wir schon? Leben, Schild, Stein. Gut. Leben, Schild, Stein. Das geht natürlich nicht. Leben, Schild, Stein. Alter. Alter, könnt ihr denn mal bitte aufhören, mit Blitzrahmen zu schießen? Oh, das war immer so schlau, okay. Bitte. Alter. Was denn? Der Schad ist grad. Ja, was hast denn du gewirkt gehabt? Ich hab Lebensbomben gelegt gehabt vorher. Ach so. Ja gut, das ist auch ne Idee. Das ist ein Graub. Kann man das versuchen? Nein. Und das löschen. Hey, hier stand doch grad irgendwo... Ach, Boost. Ich kann das Schild noch da unten boosten, ja. Nächste Beispiele. Hä? So. Ah, jetzt noch. Ha, wenn du Wasser hast und die ihre Feuerbälle werfen, dann verdampfen die einfach. Oh, Physik. Kommt jetzt noch mehr? Nein. Doch. Das warst du, verdammt. Heil dich, heil dich, heil dich. Oder heil dich halt. Ohohohohohohoho! Wie ist nichts am Ende zu hat. Schön. Flammenwerfer! Huuhuhuhuhuhu! Party! Du machst doch eine Flammenwerfer-Party. Ich mach Flammenwerfer-Party. Alles! Moritz jeder ist nix er weiter stein nein, das ist Arcan was soll... ich bin auf der falschen Taste könntet ihr bitte drauf gehen das ist ein Wassertyp, oder? das ist ein Elektrotyp das ist ein Wassertyp hä, ist Feuer effektiv gegen Wasser? gegensätzliche Elemente, keine Ahnung, ich hab einfach drauf gehalten du hast ziemlich Schaden gemacht naja ich geh links lang ich geh rechts lang oder auch nicht oder auch nicht hey Vlad, was geht? was geht denn, Alter? Moment Vlad hätte uns einfach... was? der Tod ist gleich da vorne klingt schön wenn ihr mal einfach kurz die Lage erläutert wird er euch sicher weiterhelfen ich wollte hier vorne noch was angucken ein ganzes Bündelballon einer sieht aus wie Robert Frost wer immer das sein mag Vlad hätte uns die ganze Zeit schon helfen können er konnte uns ja auch aus der Zukunft zurück teleportieren oder in die Vergangenheit oder so weißt du noch als wir äh, ich meine du ein Dorfbewohner getötet hast ach was schach ist nur ein Haufen Müll oh gibt's ja auch noch was du mal ne sollt mich nicht wundern, wenn hier irgendwo noch ein Elch versteckt ist wie wir einfach nicht gefunden haben nein, Mikrofon bleibt stehen du meinst irgendwie ein Elch äh, der äh, nur noch ein Knochen ist lauf noch nicht hoch wir müssen ja noch auf Elchsuche gehen du brennst du brennst natürlich ist mein Steinschild dadurch kaputt kannst du immer ein Schild lässig haben tot, Fernreisenvermittler Alter diese diese Bossbeschreibung kauert niederflüchtiger Sterbliche Ruhe ihr seid nicht tot und doch seid ihr hier mir scheint ihr befindet euch auf einer Einbahnstraße in die ewige Verdammnis nein spinnst du was haben wir gegen tot tot, komm her das nicht ok, kannst du mich ganz gut wiederbeleben danke mach mal ein Rundschild Rundschild, 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 Rundschild Rundschild ah, der macht einen One-Hit genau aber ich glaube hier kam er nicht durch und wenn doch doch, er kam hier durch hä hä, was was haben wir gegen den Tod gemacht nein, 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 nein ach so, er macht glaube ich 1000 Schaden mein anderer Charakter hatte 2000 Hitpoints rrrr alter tot was hast du gemacht ich versuch zu heilen Don't be so dead please crux wow, guck mal, ich hab das mit der Luft gecastet Moment, müssen wir diese Viecher töten um den Tod zu besiegen Ja, die Frage ist, wie können wir den Tod am besten Schaden bereiten? So nicht! Hat er uns gerade beide erwischt? Ja! Wie haben wir denn damals den Tod besiegen? M60 hatten wir nicht dabei, oder? Nein, die hatten wir erst beim Let's Play. Oh Gott, es geht weiter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der Tod. Ha, angreifen, sofort. Sobald er da ist, angreifen. Okay, ich bin weg. Hey, ich hab sogar noch Schildgefricht gehabt. Hey, scheiße, was mach ich denn? Du bist tot, oder? Ja. Ich auch. Hab ich noch mal wie überlebt? Nein. Vielleicht haben wir einfach Leben um uns rumgekastet. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich auch nicht. Das Problem ist, wir können ja nicht nachgucken. Das haben wir ja nicht aufgenommen. So. Verdammt. Wo kommt der Tod her? Da hinten. Wo geht das jetzt einfach? Okay, wir müssen ihm Schaden machen. Das funktioniert! Das funktioniert! Wir müssen ihm einfach in dem Moment, nee, es reicht schon, wenn wir ihm irgendwie Schaden machen. In dem Moment, wo er sich materialisiert, müssen wir ihm Schaden machen. Und ansonsten können wir ja wirklich einfach immer, ja, wir müssen dem einfach sobald er auftaucht. Ja. Du wirst das. Oder, das ist das Geld? Oh, das ist ja. Was? Das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Das war das falsche. Wo? Warum kann ich nichts mehr machen? Ja. Ja. Ach so. Jaaaaaaah! Ich bleib immer durch. Ja und nein. wegen dir ich war eingefroren ich wundere mich warum ich nichts mehr machen kann ja auf jeden fall sind wir hier gerade ein ziemlich gutes team warum sind wir bist du eingefroren weil er dich angreift ach so ich möchte aber trotzdem weiter der tag hat das letzte mal nicht gemacht glaube ich wahrscheinlich haben wir ihn da schnell genug gesiegt gehabt oder so schon wieder ich warum schon wieder ich wenn ich wieder kommen muss du möglichst große lebenspreise machen ja ich weiß schon jetzt kreis dich an du bist dran du bist dran nein noch nicht ich glaube man hört gerade nur ein ganz lautes klicken ja bei mir auch obwohl weiter werden das immer mehr oder was ich hoffe nicht dass es noch länger dauert dieses mal ist schon nämlich ein bisschen anstrengend ja man klickt irgendwie nur ich weiß gar nicht wie man das in einer anderen taktik machen kann wenn man die m60 nicht hat na selbst die m60 wird ihm wahrscheinlich nicht viel schaden machen so ich glaube wir haben den tod getötet ja ihr seid mächtig sterblicher zum glück bin ich nicht zufällig teilhaben eines reisebüros ich bin für euch zufällig aber ich sollte meinen dienst aber brauchen wir einfach die 900 sensen man ok moment erlernt todesbeschwörung oh ja das ist eine sehr lustige zauberer eine sehr lustige zauberer ich weiß gar nicht ob die bei bossen funktioniert level geschafft das war anstrengend jetzt fliegt der leben runter aber ich glaube wir sollten da jetzt nach unten laufen bei mir weiß ich gar nicht was sieht man bei dir nicht spinnt das bei dir schon wieder ok dann machen wir heute einfach mal eine kürzere folge weil wir gerade mit dem kapitel fertig sind und dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin tschüss tschüss